Ich bin endlich von dieser Kacke erlöst bis auf das Seilsprenger Natürlich Oh Gott Was war klar? Was war klar? Ey Was ist der Scheiß? Was war klar? auch auch und 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 Weg von dieser Scheiße. Einfach nur weg. 80 von 81. Bis zum nächsten Mal. Dann geht's in Polarang. Ciao.